Engagierte Herzberger treffen sich am Samstag zum Umwelttag am Jugendzentrum im Domeierpark, um verschiedenste Bereiche im Stadtgebiet vom Unrat zu säubern. Später gibt es noch einen Brunch im Jugendzentrum selbst, aber bis dahin werden alle erstmal fleißig anpacken und Müll und Unrat aus der Stadt entsorgen. Pünktlich um 9 machen sich die Freiwilligen auf den Weg, um in Bereichen der Stadt die Umwelt zu säubern. Es ist da relativ viel los. Das ist also sehr, sehr cool. Den Termin sollte man sich für andere Gelegenheiten also vormerken. Ungefähr 11 Uhr. Es ist schon ganz gut was zusammengekommen. So, nach getaner Arbeit gibt es die verdiente Belohnung. Ich fand den hiesigen Umwelttag diesmal anstrengend. Wir waren in der Sieber unterwegs. Ich hab auch einmal mit dem Fuß drin gestanden. Herr Jemini. Dann trinken wir jetzt erstmal leckern Kaffee und dann ist gut. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbei schauen. Dann brauche ich alles hin, doch bitte gehen wir mal an. Dann gibt es ja die Unterrichtungen. Jetzt gebe ich mir dann auch mal an. Dann sage ich es mal an, ich bin jetzt einfach zu fragen.